Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Dead Space 3 Part, ähm, ja, es geht weiter mit Kapitel 13 und letztes Mal wurden wir ja da so von diesem ekligen fetten Viech angegriffen und mussten das ja killen und wurden zwischenzeitlich ja sogar gefressen von dem Viech und dann kam ja Danik und seine, also wieder vor und Pipapo und dann gab's Ärger von Motherfucker, wie hieß der noch, äh, ja, peinlich, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber den guten Commander mussten wir ja killen, ne, und jetzt haben wir einen Dax, ähm, warte mal, sollen wir die hier einfach mal losschicken, ja, ne, und, ja, Ist ja nicht Robert oder so, ich hab keine Ahnung mehr, aber auf jeden Fall wollte er uns ja killen und dann mussten wir ja natürlich hier, äh, in der Not heraus das Blatt wenden und ihn dann umbringen, um uns zu schützen, aber naja, jetzt geht's weiter, hier ist wieder ein Generator, ähm, ähm, äh, ja, hier ist ne Bank, okay, ja, die brauchen, oh, hier ist wieder was, noch ne Upgrade-Platine, wir finden jetzt halt so viele Upgrade-Platine, da können wir mal kurz angucken, die andere vielleicht aufzurüsten, die eine haben wir ja voll aufgerüstet, Die haben wir, glaub ich, komplett, naja, da können wir jetzt noch hier, ach so, wir können die Dings nicht mehr freischalten, weil wir noch nicht genug Ressourcen haben, ja gut, eine Platine haben wir auf jeden Fall schon mal, mhm, mhm, ähm, werden denn Tools irgendwie ausrüsten? Ein Plasma-Kern oder so, was haben wir grad drin? Ne, Überwachungsladung, okay. Die Kanister-Dinge sind aber gut, ey. Schneiden ist, boah, alter! Was ist eigentlich, was sind das eigentlich für Werte? CLP und TPO und... Auf jeden Fall sind, äh, haben die eine Banger-Augon, ne, die nehmen so viel weg davon. Schaden, ne, wahrscheinlich. Alter, ja, okay, das, das, das betrifft das halt nicht. Das nimmt quasi das Tool weg. Ja, lassen wir's erstmal alles so. Äh, klappt ja momentan eigentlich ganz gut. Äh, ja, Generators an. Jetzt geht's weiter in die Richtung, na klar. Was ist eigentlich unser aktuelles Ziel? Äh, den ist es so so, wir haben uns möglich... Hä, das haben wir doch schon gelesen. Naja, wir gehen einfach mal in die Richtung, dann würden wir es schon gut sehen. Ah, unser Kollege. Und das, Ellie, wie die sich freut, Alter. Äh, Robert genauso hieß der. Gondor, komm, Alter. Ey, die hat ein grünes und ein blaues Auge. Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Stimmt ja, er hat uns hier bedroht. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Es so. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn Sie sich nicht zusammenreißen, sind Sie eine Gefahr für alle. Wir sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Hey, auf. Ja, auf. Warte gespeichert. Und das war's. Natürlich nicht. So, aktivieren den Shit. Ey, ist ja geil. Juhu. Wow, wir können klä... Tja. Tja. Wollen wir nach unten gucken? Ne, kann man nicht. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen, hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und seh mich hoch. Vielleicht kann man sich hier... Springen. Kann ich spring... Ich kann nicht mal springen. Ich drück doch. Was? Alter, lauf vernünftig. Okay, ich fähle hier gerade ganz schön. Hä? Also, irgendwie klappt das nicht so, wie ich soll. Auf jeden Fall kann ich hier nicht springen. So wie er das will, wenn ich auf LB drücke. Und komm. Oh, der Nase juckt doch schon wieder, ey. Ach. Und kommen die auch nach, oder? Nö, wohl nicht. Juhu. Ah, okay, so. Ah, du musst schneller laufen, Isaac. Komm, Isaac, hau rein. Mann, Isaac, stell dich nicht so an jetzt. Und wieder laufen wir natürlich nur allein. Oh, nein. Oh, schon was. Was? Jetzt bin ich auch noch schuld, oder was? Ja. Was soll ich denn tun? Soll ich mich erschießen lassen, Alter? Hey. Zack, zack. Und zack, ist die Leiter da. Wow. Wow, das ist ja cool. Oh, hier haben wir ne Kiste. Tierser ist dann... Auch ne Kiste. Sind so Zelte so mäßig aufgebaut, ne? Komm her. Na, Minipack. Wollt ihr das auch? Vorsichtig. Hier leuchtet was. Hey, ein Standardrahmen, wenn sie mit. Und die Kiste. Altmetall. Müssen wir lang? Können hier nirgendwo lang haben. Ähm, ja. Hier sind die Kiste. Oh mein Gott. Schon wieder von hinten, Alter. Ah, ich hasse das, ey. Ich kann nicht richtig laufen, Alter. Stolten, Alter. Stolten, Alter. Von wo können wir... Zwei Waffen... Zwei Waffen... Wir nutzen... ...kennen. Was? Oh, der nimmt mal dieser eine Sprung, der mich den killt. Ich hasse sowas einfach. Ah, ja. Lauf noch 50 Meter wieder, ey. Lauf, 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 lauf. Schneller, schneller. Oh, als ob das so ein Megasturm ist, Alter. Stell dich nicht so an. Und eigentlich diese Kackviecher, ne? Die sind unglaublich nervig manchmal. Als ob der da nicht so hochhöpsen könnte. Naja, egal. Na, geh doch hin. Wenn du da im Rumschneiden bist, Alter. Ich geh ein bisschen weg. Können die mir hinterher ran. Oh, Alter. Wie das springt. Oh, jetzt schießt. Alter. Nein, hier runter. Alter. Ach, schießt. Das ist besser. Oh, es ist besser. also schlussfächer darf ich einfach nicht an mich dran lassen klappt es ganz ordentlich und immer doppelt benutzen wenn das eine grad nachlädt schön das andere ballern alter mit einem anderen tür mit dem kanister der wirkt echt gut da lang oder da kommen wir doch her warte mal mussten auf jeden fall in die richtung hier war der am rumwerkeln alter okay war jetzt nur ein Viech erstmal in die richtung jetzt noch eine kiste alter zwei muni noch ein rahmen und ein ehrenwandel alles klar da und jetzt twerken wir ein bisschen in die richtung hier ne nicht wieder weg alter nein von hier kommt wird ne hier oh mein gott hier lang dann da lang dann hier lang ne jo echt ist so ein hacke mitnehmen alter die da na egal fortschritt wird gespeichert zu robot an die tägliche schnell gewesen ich habe ja einen frachtkäfig gefunden aber er hat sich im felsen verkeilt ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken wo ist denn das hier oder was hörst du mich wir sehen ihn komm hier ehrlich hat er wie die jetzt auch ja okay ist klar ne gut ja ich habe einfach mal ihren freund umgebrochen nö aber was sollte ich denn machen alter ach so ja hier klar ich hatte ja keine wahl oh nein jetzt kommen die Viecher auch schon dahin alter Wutschlag hey ähm ich muss wohl mich bei bei oder beilen oh nein sie sitzt hinter mir wollte ich gerade sagen bitte nicht hinter mir bitte nicht hinter mir jetzt drück drauf nein ich muss schon abhauen ich muss schon abhauen ja na 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 und spring »nist du kacke« Komm doch Komm doch Musik soll einfach nicht hasse Diese Musik Ich weiß nie, wo die irgendwo aus Auge krochen kommen. Alter, die sind miss geworden. Alter, man. Alter, was? Du in die Mitte. Scheiße, ich hole ein Minipad mehr. Ich habe kein Minipad mehr. Nein, du. Fuck. Mann. Alter, das ist einfach nur noch nervig, ne? Die übertreiben es einfach auch dann mit dem Monster. Die hauen dir einfach 5000 Monster an die Fresse. Und dass es gar nicht wirklich gruselig ist. Komm, man schreckt sich manchmal, ich zumindest, weil ich recht schräghaft bin. Aber es ist doch auch nicht mehr irgendwie... Fehlt doch der Gruselscharme komplett. Ich habe mich wieder hier auch so. Das hat immer ganz gut geklappt, weil die doch aus der Richtung kamen. Hallo, hallo. Bruder, ich renne einfach. Ich renne einfach weg. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht kämpfen. Ich bin ein netter Junge. Es klappt auch noch, oder was? Scheint zu klappen. Juhu. Aber es kommen natürlich neue Viecher. Alter. Alter. Ich bin ein Scheißstein. Steinbeweisen, Alter. Nö, voll nicht. Ich glaube, ein bisschen Quatsch. Ey. Verpiss dich. Ey, die Scheißdinge fliegen ja auf mich drauf, war noch, Alter. Ey, müsste mich jetzt sogar nur klettern helfen, Alter. Ey, verpiss dich. Spring doch. Spring. Ah, okay, jetzt hab ich mal einen Moment Ruhe. Also, Mann. Ohne Scheiß, du stellst dich manchmal auch echt wie so eine Pussy an. Oh, komm schon. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Das hat schon gespeichert. Wegen Robert. Ja. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu schützen. Es ist so. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Nein, der hat doch immer gemuppt. Und das meine ich ernst. Genau. So ist es. Und mit diesen schönen Worten sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.